Hallo liebe Gattl- und Werkel-Fans, den Werkstattraum haben wir ein bisschen aufgeräumt jetzt da. Jetzt geht es darum, dass wir Lichtschienen oder so etwas ähnliches aufbauen, damit wir ein gescheites Arbeitslicht haben. Für das habe ich im Baumarkt so einen Aufhängewinkel gefunden. Das ist normalerweise für eine Elektroinstallation. Wir werden das Zweck entfremden, das kommt auf die Decken rauf, dann wird hier, wo es reingelegt. Auf den Balken fixiert man dann die LED-Lampen, Nährenröhren oder sonstiges oder Kamera und so ist man flexibel. Das Ganze werden wir einfach mit Betonanker in die Decken fixieren. Die werden so 3 cm, 4 cm in die Decken gebohrt. Das Gewinde steht dann quasi außer und auf das Gewinde kann man verschiedene Sachen aufschrauben, so ungefähr. Unter anderem nachher den Winkel, der geht so durch. Da kommt der Drehknauf auf, entweder kann ich ihn so stellen oder so stellen, was drauflegen, so wie es ist geplant. Ihr habt es gesehen, auch so einen Betonanker haben wir reingebohrt. Das ist jetzt keine große Hexerei. Einen Staubsauger zu behalten, einen 8er Bohrer für einen 8er Betonanker. So viel reinbohren, bis das Gewinde auffährt, aussetzen und auf das gewindfreie Stickel mit dem Hammer draufschlagen, bis das ansteht. Und dann kann man auf den Schwertlostanker schon etwas draufhängen. Und das machen wir jetzt noch 3x rundherum. Dann ist das Grundgestell einmal fertig. Ich habe mir für die Fixierung so ein paar Plastikdrehgriffe besorgt. Die passen genau auf die 8mm Schwerlastanker drauf. Das wird aufgeschraubt. Und der Plan ist jetzt der ist, ich schraube das einfach so zu und hoffe, dass das auch so funktioniert. Und damit sind die auf der Decken fixiert. Wenn sich das jetzt nicht ganz ausgeht, muss ich noch ein Distanzstickel dazu legen, das sehe ich dann, wenn ich es montiert habe. Ein Beilag oder irgendein Holzstickel oder sonst irgendetwas. Oder eine Querplatte, keine Ahnung. Und das hängt im Prinzip so an der Decken um. Wenn man das jetzt so montiert, kommen die Balken so rauf. Man kann das aber auch wechseln, indem man das einfach draht. Dann kann man das so und räumlich ein bisschen verändern. Ich denke mir, das ist relativ flexibel das Ganze. Der Hintergrund ist der, ich würde es nicht ganz fix machen, weil ich die LED-Lampen teilweise für was anderes auch noch brauche. Und wenn das alles fix an die Decken montiert ist, dann ist es blöd, weil dann ist es eigentlich umsonst eigentlich. Jetzt werden wir die mal montieren und schauen, wie das Ganze dann so funktioniert. Da sind zwei Löcher, wir haben das jetzt testweise einmal auf den inneren Loch fixiert. Das wogelt ein bisschen. Wir werden das einmal auf das äußere Loch rauf tun. Ja, mit dem äußeren Loch funktioniert es besser, da wogelt es nicht so. Nachdem das so ein langes Loch ist, das kann man quasi ein bisschen verschieben. Ist es auch nicht ganz so tragisch, wenn man sich ein bisschen daneben baut, weil das kannst du dich einstellen mit der Schlitze. Das wird einfach aufgelegt. Einmal so entlang und einmal so entlang. Ich habe da jetzt testweise einmal so eine LED-Leuchte bei der Hand. Das ist 1,20 Meter lang, 40 Watt, 4000 Kelvin, das ist so neutral weiß, also zwischen Rot und Blau in der Mitte, 3200 Lumen, eine ist zu wenig, zwei oder drei werden es wahrscheinlich tun. Man könnte das dann direkt so aufmachen, ausschrauben oder aufhängen oder mit einem Klebband oder sonst irgendetwas. Es kann auch sein, dass wir da einen Seilzug machen. Das kann jetzt so funktionieren. Wenn man da so eine Umlaufrolle rein macht, auf dem Holz, ein Seil einpfadelt, da am Ende kommt dann die Lampen drauf, dann ist die Lampen auch höhenverstellbar. Das heißt, wenn ich hier unten ein bisschen mehr Licht brauche, lasse ich es runter. Wenn ich ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit brauche, fahre ich mit dem Zeug rauf und kann das quasi dreidimensional, das ganze Gestell bewegen. Einmal das Holzgestell an sich, so einen Meter vorn zurück, je nachdem wie lang die Holzposten sind. Und einmal mit der Lampenhöhe an sich. Es werden dann noch Steckdosen aufgekommen auf die Decken oder aufs Holz, es geht leichter. Steckdosen leisten, dann kann man die Geräte direkt oben ausstecken. Man braucht nicht mehr in die Decken hineinbohren, sondern wenn du eine Schraube hast oder einen Hagel oder irgend so was, kannst du das direkt ins Holz hineinschrauben. Und wenn das Holz kaputt ist, dann kann man es als Bastelholz weiterverwenden. In der nächsten Zeit werde ich dann die LED-Leichten anschließen und einmal testen, wie das ausschaut. Dass man mal sieht, was für Licht das die machen, wie viel Licht das die machen. Also fahrt wird uns sicher nicht. Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen.